Leute, gute Nachrichten für alle Arenas-Fans in Apex Legends. Es gibt eine League, der besagt, und sogar Respawn selber hat geteasert, hätte man relativ früh zum Stopfen Season 21 eigentlich schon sehen können, dass Arenas wohl zurückkommt. Angeblich schon in Season 21 macht auch Sinn, denn auf einem der vielen Covers mit Alter im Vordergrund kann man nämlich ein ziemlich markantes Gebäude, der Encore-Map, aus dem Arenas-Universum sehen. Und das bedeutet nichts anderes, als dass Arenas wohl auch laut Dada-Miner zurückkommt. Schon in Season 21 rechnet man mit dem Mid-Season-Update, allerdings soll es wohl nur in der Mixtape-Variante mitunter verfügbar sein. Und ich möchte euch jetzt mal den Teaser zeigen. Man kann ihn hier schon sehen. Ich mache mal kurz meinen allseits beliebten Pfeil an und schwenke hier mal runter. Hier, dieses Gebäude. Guckt es euch genau an. Hier sind diese Zacken und dieses in der Mitte dieser Knubbel, sage ich mal. Ich habe jetzt gerade keine anderen Dingens dafür. Hier ist dasselbe Gebäude. Hier diese Zacken, hier in der Mitte dieser Knubbel. Ich hatte jetzt noch ein anderes Bild, wo du das von vorne siehst. Das war aber von minderer Qualität. Aber es ist eindeutig zu erkennen, dass wir hier, ja man sieht es eigentlich, kann man glaube ich nicht abstreiten, dass das genau das Gebäude ist. Und wir sehen sogar hier diese ganzen Wabenmuster hier, die wir hier haben. Hier dieses ganze Wabengebilde haben wir auch hier. Also es ist ganz, ganz eindeutig so, dass wir hier auf diesem Bild die Encore-Map sehen von Arenas. Das wird kein Wings sein. Achtung, Alter ist vielleicht von diesen Planeten. Das glaube ich eher weniger, dass das das sagen soll. Es soll uns sagen, Arenas kommt wieder. Wie gesagt, glaubt nicht daran, dass das wieder so eine Rank-Geschichte werden soll. Alles kann, nichts muss. Schauen wir mal. Ich könnte mir vorstellen, die Stimmen wurden in der Community laut, dass Arenas doch relativ belieb war im Vergleich zu vielleicht anderen Modi wie Gunrun, Team Deathmatch, Kontrolle, weiß der Geier, was es noch alles geben wird. Und alles so kommen wird, keine Ahnung. Es könnte sein, dass mehr draus wird, muss man mal sehen. Vielleicht prüft Respawn jetzt, nachdem sie jetzt Arenas seit 5 Seasons ist es glaube ich draußen. Es reicht, ich glaube Season 16 wurde es entfernt. Da haben viele sich schon beschwert, dass Arenas raus ist, weil es von der Mehrheit nicht gut angenommen wird. Wenn das jetzt aber so ein großer Aufschrei ist und das doch vielleicht wieder geil reinknallt, müssen wir mal schauen, ob da mehr draus wird. Aber ich denke nicht, dass es mehr als in die Mixtape-Variante zurückkommt. Das finde ich aber auch okay, weil komplett rausschmeißen fand ich selber Käse, auch wenn ich Arenas selten gespielt habe. Aber für die Mixtape-Playliste, warum nicht den Leuten da lassen, die es fordern. Das ist genauso wie mit dem Solo-Modus. Der Solo-Modus knallt jetzt allerdings nicht so rein, wie ich das gewünscht hatte und viele von euch. Das ist aber eher das Problem, weil das Matchmaking der absolute Vollhusten ist. Das muss man einfach mal so sagen. Also das ist alles andere als gut gebalanced, was du da für Gegner bekommst. Das ist jenseits von Gut und Böse. Und so wie der Solo-Modus jetzt ist, die Regeln sind geil, das Matchmaking ist Grotte. Aber so wie das Matchmaking ist, brauche ich keinen Solo-Modus, leider Gottes. Ich würde mir wünschen, dass das Matchmaking da komplett entfernt wird. Ladies and Gentlemen, eure Meinung zu Arenas? Was sagt ihr? Wie gesagt, Mitte der Season könnten wir schon damit rechnen, dass es in der Mixtape-Variante mit am Start ist. Vergesst nicht zu abonnieren, egal ob TikTok oder YouTube. Ich bin auf beiden aktiv, würde ich mich sehr darüber freuen. Auf TikTok aktiver, mit kleineren, kürzeren Videos auch. Wisst ihr Bescheid, Leute. Das war es von mir. Haut rein. Ciao.